Es gibt die innere Augen, und das sind deine wirklichen Augen. Ich möchte, dass du keinen Menschen siehst, sondern Jesus. Und deshalb sprach Paulus, von Hinschauen auf Jesus, die Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Noch nicht mal dich selbst verbildlichen. Nein. Jesus ist deine wirkliche Selbst. Mache dir Gedanken über das, was über Jesus beschrieben wurde. Du warst schon in der Gemeinde, du hast etliche Botschaften gehört. Mindestens ein oder zwei Sachen über Jesus hättest du ja schon bewusst. Also fokussiere dich nur darauf. Also lege deine ganze Aufmerksamkeit hier auf. Ist Jesus kraftvoll? Bleib da drin. Ist Jesus gesegnet? Bleibe da drin. Und da es nur Jesus gibt. Dann solltest du genau das, was du siehst, sein. Also schau hin. Sei nicht entmutigt. Schau bitte hin. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Das ist dein größter Gottesdienst zu Gott. Das ist dein größter Dienstleistung zu dieser Generation. Schaue auf ihn. Halleluja. Du schaust dich selbst an, gerade jetzt. Schau dir mal an, in Christus, wie voller Freude du bist. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Du sitzt. Oh, halleluja. Ja, du sitzt, damit du herrschst über die Umstände. Ich möchte das so, dass du seine Redensart schaust. Schau dir an, wie Jesus spricht. Er spricht Worte des Trostes, des Aufbaus und der, ich sag mal so, der Ermutigung. Aber genau du bist das, der gerade spricht. Danke, Herr Jesus. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Halte dieses Bild fest. Lass es nicht los. Lass es nicht los sein. Und lass dieses Bild der innere Menschen deines Herzens sein. Dieser Mensch in dir drin ist größer als Wasserstoff oder Atomikbombe. Das ist größer als wirklich Wasserstoff und, ich sag mal so, die Atombombe. Größer als jegliche Form der Erkrankungen. Was hat der Arzt dir gesagt? Oh, das mag ja nicht so gut sein bei dir. Doch die Aussage des Arztes gegenüber Gottes Aussage ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Ich möchte, dass du das nochmal verbildlichen. Schau dir mal die Wahrheit über dich an. Also das kostet dich nichts. Also du brauchst keine Beratung dazu. Er ist genau in dir drin. Und zwar jetzt sofort. Schau bitte in Christus hinein. Und zwar genau das Bild von deiner selbst. -"Jegliches Glied deines Körpers". Ich glaube, das ist ganz perfekt. Ist vollkommen. Jegliches Glied deines Körpers. Ich glaube, das ist ein Leben. Oh, strahlt Leben heraus. Jedes Gewebe und jede Muskel. Ja, sie wirken zusammen. Oh, das Leben ist voller Kraft und voller, sag ich mal, voller Lebenskraft. Gerade jetzt. Lass dieses Bild nicht los. Halte das fest. Halte dieses Bild fest. Genau das ist dein größter Dienst. Alles, was wir heute ausgesagt haben, ist nur, um dich zu ermutigen. Um es dir ein Verständnis von dem Vorgang zu geben. Doch du bist es, der sich in diesen herrlichen, geheimen Ort hineingeht. Und du schließt die Tür hinter dir. Und du vergisst das Du, was da hineingegangen ist. Und du umschließt, du nimmst auf, das Du, was der Vater dir zeigt. Right now in the name of Jesus. Sofort in den Namen Jesu. Thank you, heavenly Father. Himmlischer Vater, hab Dank. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. For Jesus. Für Jesus. There is only one man you recognize. Es gibt nur einen Menschen, den du erkennst. The Lord from heaven. Und zwar den Herrn aus dem Himmel. Aus dem Himmel. Wir sind nicht mehr aus Adam. Aus der Erde. Wir sind aus dem Himmlischen. Und wir sagen Danke. Weil wir mit Christus auferweckt sind. Und deshalb richten wir unsere Gesinnung und zwar auf die Dinge, die droben sind in Christus. Wir sagen Danke. Also die zeitlichen Dinge können uns nicht definieren. Wir schauen und wir erhalten die ewige Wirklichkeit über uns selbst. Danke, Jesus. We honor you, Father. Dich ehren wir, Vater. In Jesus' precious name. In Jesu kostbaren Namen. Amen. Amen.